Ich glaube, dass einander von großem Nutz sein können. Dieser Schmerz! Dieser Schmerz! Es ist schön, jemanden zu haben, auf den ich mich verlassen kann. Ich hab mich schon gefragt, was dich aufgehalten hat. Ich dachte, du wärst vielleicht gestorben. Eine naheliegende Annahme. Jedenfalls für jemanden wie mich. ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin wirklich sehr froh, von dir zu hören. Hast du Fortschritte gemacht? Welch düstere Botschaft. Ich bin wirklich sehr froh. 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 Ich bin sehr froh. Ich bin wirklich sehr froh. Ich bin wirklich sehr froh. Ich bin wirklich sehr froh. Ich bin really froh. Ich bin really froh. Ich bin really froh. Ich bin really froh.